Liebe Freundinnen und Freunde, ich mache heute irgendwie nicht so eine normale Rede und deswegen darf ich auch mal gleich zu Anfang sagen, es ist ganz schön schwierig, wenn man ein Irrtum zugeben muss. Ich war ja eigentlich immer dafür gewesen, dass wir diese ganze Stresstest-Show boykottieren. Aber jetzt muss ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube es war richtig gut, dass wir dabei waren, sonst wäre dieses ganze Theater wohl noch ganz anders ausgegangen. So konnten wir klar machen, dass es uns mit unserem Widerstand nicht einfach nur um Zugzählungen geht, sondern einfach und schlicht um das bessere, alternativere Projekt für eine ökologische, soziale und nachhaltige Entwicklung für Stadt- und Bahnverkehr. Wir konnten klar machen, dass der Kopfbahnhof heute schon so viel kann wie Stuttgart 21 und wenn man nur die gleiche Signal- und Leittechnik und vielleicht auch die Zulaufstrecken ausbaut, dann kann K21 mehr und in einer besseren Qualität wie es Stuttgart 21 niemals können wird. Wir konnten klar machen, dass der Stresstest kein Stresstest ist, weil kein Stress simuliert wurde und wir konnten klar machen, dass diese Simulation nichts mit der Realität zu tun hat, weil die Bahn AG an jedem einzigen Stellschräubchen gedreht hat, um diesen Bahnhof so hinzusimulieren, dass überhaupt diese 49 Züge in dieses Nadelöhr reinpassen. Wir versuchen das mal ohne so viel Zwischenrufe, damit ich vielleicht durchkomme mit meinem, sonst dauert es so arg lang. Aber das fast noch Wichtigere für mich war aber, dass wir die unsäglichen Spielereien, die diesmal auch von Heiner Geisler ausgingen, durch unser konsequentes und klares Auftreten unterbinden könnten und so im Endeffekt Stuttgart 21 plus vom Tisch geschafft haben. Für alle Menschen am Fernseher muss es schon absurd gewesen sein, muss es schon absurd gewesen sein, wie Heiner Geisler dann plötzlich versucht hatte, im Gegensatz zum Auditor, dem Tunnelbahnhof doch noch ein Premiumetikett verpassen zu können. Und es war genau die richtige Stelle, wo wir gesagt haben, da machen wir nicht mehr mit bei diesem Theater. Und damit erst haben wir Heiner Geisler gezwungen, damit er sein Verfahren noch irgendwie retten kann, mit seinem Kombivorschlag an die Öffentlichkeit zu gehen. Man kann jetzt zu diesem Kombivorschlag stehen, wie man will. Aber eins ist doch klar, mit diesem Vorschlag drückt Heiner Geisler aus, dass er den Glaube an Stuttgart 21 und Stuttgart 21 plus verloren hat. Und noch wichtiger für uns, die ja immer mit Argumenten argumentieren, ist, dass auch SMA damit bestätigt, dass der bestgeplante Bahnhof Deutschlands, der angeblich bestgeplante Bahnhof Deutschlands, eben lange nicht der bestgeplante und bestmögliche Bahnhof für diese Stadt ist. Das letzte Bahn AG, wieder alle Vernunft, wieder alle laufenden Planänderungsverfahren am Filtertunnel oder beim Grundwassermensch, Verträge vergibt, das ist eine klare Provokation an unseren friedlichen Widerstand. Und wir hätten das immer so gesehen, aber jetzt macht die Bahn AG das gegen einen Kompromissvorschlag und dem letzten in der Republik sollte klar sein, dass die Bahn AG von Betonköpfen mit Tunnelblick regiert wird. Wir begrüßen es, dass jetzt die neue Landesregierung diesen Vorschlag erstmal prüfen will. Aber wir sagen auch klar und gerade an die SPD, was bringt die ganze Prüfung, wenn man es zulässt, dass die Bahn AG weiter Fakten schafft. Und da rede ich jetzt nicht allein von den Verträgen. Die Verträge sind jetzt gar nicht so schlimm, die da geschlossen wurden, sondern ich rede davon, dass anscheinend die Bahn AG schon wieder vorbereitet an Südflügel, an das Grundwassermanagement und vielleicht sogar an unsere Bäume zu gehen. Liebe SPD, man kann nicht einfach nur von Demokratie und Beteiligung reden, wenn man nicht dafür sorgt, dass hier die Bahn nicht einfach weiter Fakten schafft. Sonst wird man als Partei nicht nur handlungslos, sondern auch irgendwann bedeutungslos. Gerunruhigt hat uns alle, dass nur ein Tag nach dieser Stresstest-Farce der neue Polizeipräsident ankündigt, er wolle die Zeltstadt im Park räumen. Das kann doch nur heißen, dass die Bahn AG uns weiter provozieren will. Und das hat mich so zornig gemacht, liebe Freundinnen und Freunde. Zum Glück hat sich dann gleich der Verstand gemeldet und hat dann gesagt, Achtung, wir dürfen uns unter keinen Umständen weiter von der Bahn AG provozieren lassen. Denn es ist doch genau das, was sie wollen, damit sie hinterher aus jeder kleinen Ranelei irgendwie eine Kriminalisierung und dann am Ende eine Spaltung unseres Widerstands hinkriegt. Und natürlich werden wir Widerstand leisten, wenn die Bahn AG glaubt, sie könnte für ihre blauen Röhren den Park räumen lassen. Aber schauen Sie sich jetzt einfach mal um, wie viele Tausende wir hier heute wieder sind. Jetzt stellen Sie sich vor, dass wir uns einfach gemeinsam friedlich auf den Boden setzen, wenn die Bagger, die Rohre oder die Polizei kommt und friedlich, gemeinsam, ganz unaggressiv und freundlich, fröhlich singen. Das ist unsere Antwort, entschlossen, aber friedlich auf alles, was kommen macht. Der Sommer 2010 hat uns gezeigt, wir können uns auf unsere Kraft verlassen. Und unsere Kraft kommt von Herzen und es gibt nichts Ehrenwerteres, wie Schaden abzuwenden von Mensch und Natur und das auch noch für zukünftige Generationen. Und genau das ist es, was wir mit unserem Widerstand machen, gegen diesen schwachsinnigen Tunnelbahnhof. Unsere Macht, unsere Macht und darum geht es im Endeffekt, es geht im Endeffekt nur noch um Macht. Unsere Macht ist unsere Lebendigkeit, unser breiter Rückhalt bei der Bevölkerung und das statt Gewalt und unsere Beirrbarkeit, jederzeit hartnäckig einfach wiederzukehren und freundlich, fröhlich obenbleiben. Und wenn die Leute frustriert sind, viele fragen ja, Johannes, was kann man jetzt noch machen? Dann ist doch klar, was wir zu tun haben. Wir müssen mit der gleichen Begeisterung wie letzten Sommer demonstrieren und blockieren. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen eins anders machen. Wir dürfen diesmal nicht vergessen, das Argumentieren aufzuhören. Das ist vielleicht letzten Sommer ein bisschen zu kurz gekommen. Wenn es uns diesmal noch gelingt, unsere Argumente ins Land zu tragen, klar zu machen, dass nach Risikolüge, nach Kostenlüge, jetzt auch noch mit dem Bahn AG, bewiesen mit dem Stresstest, die Bahn AG beim Nutzen schummelt und trickst, dann sollte doch der Letzte hier für K21 den Bahnhof mit Vernunft sein. Dazu, uns gehören leider keine Fernsehsender oder irgendwelche Zeitungen. Deswegen müssen wir den Job der Information leider selber machen. Aber es gibt nichts Besseres und auch nichts, was Tunnelparteien und die Bahn AG mehr fürchten, als Menschen, die sich frei einen eigenen Kopf machen, eine eigene Meinung erlauben, sich selber informieren und dafür dann gemeinsam und solidarisch einstehen, demonstrieren, auf die Straße gehen und weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen. Und das nicht nur in Stuttgart, in jedem Stadtteil, sondern das im ganzen Land, in jeder Gemeinde und damit irgendwann überall. Denn unser Stuttgart ist überall oben bleiben.